Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Microsoft Excel. Wir haben unsere Kalkulation jetzt gemacht. Wir haben unseren Gewinn und unsere Kalkulation in unserem Verkaufspreis praktisch berechnet, aus irgendwelchen Faktoren. Und da habe ich schon gesagt, naja, ich kann ja nicht überall das Gleiche. Es ist einfach ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel eine Manipulationsgebühr verlange, ist es einfach ein Unterschied, wenn ich einen Gabelstapel brauche oder ob ich das einfach irgendwie umsortieren kann. Das wird anders, wird wohl anders zu bewerten sein. Jetzt ist es so, dass wir uns das anschauen wollen. Und zwar ist unsere Tabelle da. Und was wir an und für sich machen wollen, ich mache da jetzt mit Steuer und Plus, habe ich jetzt eine neue Spalte gemacht, die Manipulationsgebühr, die mache ich da verbinden, 10 verbinden, so, Manipulationsgebühr. Und das ist meine Standardmanipulationsgebühr. Jetzt kann ich da natürlich auch was einschreiben, das kann ich sagen, 3, ja, warte mal, da sage ich, das mit dem Pinsel, das Format ziehe ich hier runter, ist gut, 300, das ist nämlich das, was wir uns ja letztes Mal besprochen haben, mit den Prozenten, gell, jetzt 3, sind eigentlich 3%, das soll 4 sein, das soll 5 sein. Die Bremsflüssigkeit, du musst halt mehr manipulieren, keine Ahnung, ist ja egal, nur ein Beispiel. Und dann kann ich die Formel hier entsprechend anpassen, indem ich einfach sage, zack, ich ziehe das hier rüber, das ist ja voll lässig eigentlich, dass er das so farblich hervorhebt, der Computer. Wir sehen, $b4 mal $e$3 und jetzt ziehe ich das da um, ja, 5,42. Ich kann das da nach unten ziehen und theoretisch, was passiert da? Ein Blödsinn natürlich, weil jetzt habe ich das falsche Dollar hier. Jetzt funktioniert es. Tak, tak. Ja. Und schon funktioniert. Kann man machen. Ja, dann muss man aber da jede Spalte ausfüllen. Eigentlich sage ich, ich habe eine Standardmanipulationsgebühr, eine Standardgebühr praktisch, und nur wenn ich davon abweiche, möchte ich hier was eintragen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel nichts, wenn man das jetzt da weglösche, ja, dann steht da nichts herinnen, weil ich ja in der Formel, in dieser Formel hier, dieses Feld hier verwende. Ich möchte also nicht dieses Feld verwenden, sondern nur, wenn in diesem Feld etwas drinnen steht. Okay. Das heißt, wir müssen unsere Formel da ein bisschen anpassen. Ich muss ja eigentlich das da oben verwenden, und nur wenn hier etwas drinnen steht, verwende ich das hier. Wie geht das? Es gibt eine eingebaute Funktion wieder. Und die liefert zwei Sachen zurück, und die heißt, wenn ich da mit fx, wenn. Jetzt war ich hoffentlich in die zuletzt verwendeten. Nein, habe ich gar nicht. Okay. Alle. Da gibt es wenn. Irgendwo gibt es hier wenn. Wenn, 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 wenn. Wenn. Wenn-Funktion. Gibt einen Wahrheitstest an, der durchgeführt werden soll. Schauen wir uns das einfach an. Okay. Wahrheitstest, das ist, wenn diese Spalte, und jetzt kann ich Bullshit-Zeichen verwenden, so wie beim Programmieren oder so, ich kann sagen, größer, ja, und zwei hochkommen, das heißt nämlich, größer nix. Ja. Also, wenn, 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 wenn mehr wie nix drinsteht, heißt das jetzt. Ja. Was, was ich nochmal kann, ist gleich nix. Jetzt heißt das, ja, wenn nix drinnen steht. Genau nix drinnen steht. Ja. Wenn ich sage, ist gleich a, dann ist das, wenn ein kleines a drinnen steht. Ja. Aber ich sage einfach, wenn es größer nix ist, ja, dann steht was drin. Steht was drin. Ja. Wert, wenn wahr. Wenn wahr, nimm diesen Wert. Ja. Wenn falsch, nimm diesen Wert. Weil, wenn es falsch ist, wenn größer nix, wenn es falsch ist, dann ist nix drin. Ja. Dann soll das jetzt e3. Und dann nehme ich nicht e, sondern e$3. Dann kann ich es nämlich gleich nach unten ziehen. Das ist auch sehr schön. Schau, 0,1. Jetzt steht schon wieder was drin. Ja. Jetzt ziehe ich das da runter. Jetzt probiere ich das. 5. Wird nicht. Warum geht das nicht? D größer nix. D5. D5. Muss ich ungleich wahrscheinlich machen. Funktioniert besser. Dann machen wir ungleich. Größer funktioniert nicht. Also wenn es ungleich nix ist. Also wenn es ungleich nix ist. Und dann soll das so aussehen. Und dann soll das so aussehen. Und schon funktioniert das. Also die Wenn-Funktion. Also die Wenn-Funktion. Was haben wir jetzt hier nochmal programmiert. Wenn im D4 ungleich nix drin steht. Also wenn was drinnen steht. Soll D4 verwendet werden. Ansonsten soll E$3 verwendet werden. Und das Dollar habe ich deswegen gemacht. Dass ich wenn ich das hier runter ziehe. Soll er immer das E. Soll E. Soll schon. Aber 3. Soll immer 3. Und das andere wandert mit runter. Das ist schön. Das ist schön. Das gefällt mir jetzt. Jetzt kann ich das. Vielleicht kann ich die. Jetzt kann ich die noch auf. Für den Risikaufschlag. Und den Wunschgewinn. Kann ich das noch anpassen. Diese Formeln. Warte mal. Da werde ich die alle wieder verbinden. Zählen verbinden. Die Zählen verbinden. Die Zählen verbinden wir. Dann machen wir alle Zählen gleich groß. Wie das machen wir es? So. Schaut gut aus. Und jetzt möchte ich euch diese Formel überall drinnen haben. Wie kann ich das machen? Ich kann das Feld hier markieren. Steuern, Steuerung, C. Und da kann ich Steuerung, V sagen. Funktioniert doch. Steuerung, V. Ja, funktioniert. Und wenn ich da jetzt was anderes hineinschreibe. Fünf. Fünf Euro. Uh. Dann muss ich natürlich das. Ja. Format übertragen. Format übertragen. Fünf Prozent. Fünfhundert Prozent Manipulationsgeber. Wird aber auch gehen, wie wir sehen. Also die Formel ist hier automatisch, weil das D, nämlich die Spalte, nicht gedollert hat, ist die automatisch angepasst. Funktioniert super. Aber was noch funktioniert an und für sich ist, Steuerung, C. Und dann hier mit der rechten Maustaste drauf. Und ich möchte nur die Formeln einfügen. Nur Formeln. Nur F von X. Funktioniert auch. Die Formel ist da. Genau richtig. Aber alles andere von der Zelle ist unverändert geblieben. Das war jetzt hier nicht so wichtig, weil die gleiche Formatierung. Weißt du, die gleiche Formatierung. Schauen wir uns das nur einmal an. Pass auf. Ich mache das da fett. Ich mache das da auch fett, aus irgendeinem Grund. Oder ich mache das da gelb unterlegt. Und jetzt möchte ich da mit Steuerung C und da rüben Steuerung V. Das Format ist weg. Das Format ist mit übernommen worden. Weil mit Steuerung V wird alles eingefügt. Und wenn ich hier rechte Maustaste und sage, nur die Formeln sollen übernommen werden. Ich kann auch nur die Werte übernehmen. Dann steht genau der gleiche Wert drin. Die Formel ist weg. Aber nur die Formeln. Schau, es ist nach wie vor fett. Das heißt, da werden wirklich nur die Formeln nachher hinterlegt. Machen Sie da nicht fett. Bei der Bremsflüssigkeit will ich einen super Wunsch geben von 60% machen. Meine Cash Cow. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, wenn man das in ein Kalkulationsblatt so hin und sagt, ja, pass auf, da. Manche Sachen möchte man einfach verstecken. Und das irgendwie verstecken, zuglappen. Jetzt schauen wir uns das nächste Mal an. Wir werden uns das nächste Mal ansehen, wie man einzelne Felder, einzelne Zellen, einzelne Spalten und Zeilen und oder Zeilen zumindest nicht herzeigen lassen kann. Nächstes Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.